Herzlich Willkommen bei Wortreich. Ich bin Jojo. Und ich bin Markus. Und bei uns hörst du Themen, die dich in deiner Nachfolge als Christ prägen können. Folge uns gerne auch auf Instagram, YouTube und Spotify, um nichts mehr zu verpassen. Und jetzt viel Freude mit dem heutigen Thema. Ja, herzlich Willkommen euch. Wir haben eine weitere spannende Folge heute, wo wir noch gar nicht so genau wissen, wo die hinführt. Aber wir haben ein ganz tolles Thema, womit sich der Jojo die letzten Wochen viel beschäftigt hat. Ich habe gehört, du kommst gerade zurück von einer Reise, wo du eine Bibelarbeit mit einer Jugend gemacht hast, die über sechs Stunden ging. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Vorbereitung da reinfließen muss, um Material für sechs Stunden zu haben, was dann auch bestimmt bei dir echt dicht ist. Von daher magst du uns ein bisschen erzählen, was war das Thema von dieser Einheit und wie bist du darauf gekommen, damit dich so intensiv zu beschäftigen? Ja, genau. Voll gern. Also je nachdem, wann die Folge hochgeladen wird, kann es jetzt sein, dass es schon ein paar Monate her ist. Aber ich wurde eingeladen von einer Jugend in Bad Trieburg, einer Gemeinde der ECG. Und das könnt ihr übrigens auch machen. Also einfach mal anfragen, genau, wenn ich mal Thema bei euch machen soll. Du machst es, glaube ich, auch, oder? Ja, ich auch. Und ich hatte ein Hammer-Wochenende, denn es fing an mit einem evangelistischen Jugendabend, ging weiter mit dieser sechs Stunden Bibelarbeit und am Sonntag noch eine Gottesdienst-Predigt. Also es war richtig richtig ordentlich. Aber es war voll das gesegnete Wochenende, voll die gesegnete Zeit. Und ja, wie kam ich auf dieses Thema? Also diese sechsstündige Bibelarbeit, das lag uns auf dem Herzen, einfach mal so intensiv reinzugehen und intensiv zu sagen, wir gehen in ein Thema einfach voll rein. Wir haben überlegt, welches machen wir? Und ich habe die Jugendleiter gefragt und denen lag das Thema Dienen für ihre Jugendlichen auf dem Herzen. Ich habe damit, also es war kein Thema, was schon ausgearbeitet war. Ich habe da angefangen, das mal ordentlich dann auszuarbeiten über drei Wochen hinweg, mal richtig in die Tiefe gegraben, alle Stellen im Neuen Testament mir angeschaut zum Thema Dienen, die griechischen Wortbedeutungen. Bin auf einiges gestoßen, was ja ziemlich überraschend auch für mich war. Ich glaube, das ist ein voller Segen, sich mal so ganz tief in ein Thema rein zu begeben und dann tatsächlich zu gucken, was sagt die Bibel insgesamt einfach über dieses Thema. Aber ich glaube, die wenigsten von uns haben einfach die Zeit dazu oder vielleicht auch manchmal das Hintergrundwissen. Die Werkzeuge, klar. Genau. Und deswegen haben wir gedacht, es wäre vielleicht wirklich auch einfach für die wortreich Zuhörer und Zuschauer spannend, für quasi den, ja, den Kern oder so, die, ähm, die goldene Mitte von dem, was du wirklich erarbeitet hast, mal zu hören. Ähm, aber wir haben uns auch gedacht, wir wollen ja auch, äh, euch damit dienen, die ihr das hört und die ihr das zuschaut. Was ist so ein bisschen, was würdest du dir wünschen, was wäre das Ziel am Ende von diesem Podcast? Wir müssen nochmal gucken, ob es vielleicht nicht zwei werden oder so viel haben. Ähm, was wäre für dich das Ziel, dass am Ende die Zuhörer und die Zuschauer das mitnehmen können? Ja, vielleicht so das eine oder andere Schmankkerl, äh, zum Thema dienen, also die eine oder andere Erkenntnis, Überraschung, ähm, ja, vielleicht, da kommen wir glaube ich ein bisschen später dann drauf, äh, gerade, äh, auch zu unterscheiden, also, äh, meine Gabe, der Ort, wo ich mich einsetze, ähm, und auch die, die Intensität, mit der ich mich einsetze. Und, äh, ich hoffe, dass für manche das einfach entlastend sein kann, wenn sie sich zu viel aufbürden, weil sie aus Pflichtbewusstsein, äh, einfach nur jeden Job annehmen, der, der es in der Gemeinde im Dienen gibt, äh, und für andere eine Ermutigung sein kann, mehr zu geben, wenn man sich unsicher ist, ähm, ja, das wäre einfach schön, wenn es erstmal eine gute theologische Grundlage dafür gibt und dann daraus auch so eine Praxis, ja, entsteht, genau, für, also ich weiß, bei dem Wochenende im Batriburg, wo ich war, ähm, genau, kamen dann einige von den Jugendlichen zu mir und meinten so, ey, cool, ja, das hat wirklich mir eine Antwort gegeben auf die und die Frage und, ähm, genau, die einen haben wirklich gesagt, ich lasse jetzt den Dienst, weil ich merke, den mache ich eigentlich nur aus Pflichtbewusstsein, äh, und eigentlich liegt mir das viel mehr auf dem Herzen und ich sehe mich da viel mehr begabt und, äh, das ist eine Herausforderung für jeden, ja, wenn sowas passiert, aber dann am Ende auch eine Bereicherung, wenn man wirklich entsprechend der Gabe dann dienen kann. Ja, voll gut und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, was bei manchen mit, mit Druck irgendwie verbunden ist, ja, und ich glaube, ja, also es gibt eigentlich immer so beide, bei dem, die einen dienen viel zu viel, weil sie vielleicht denken, sie müssten dienen oder, oder, oder sie dienen einfach voll gerne, aber trotzdem geht's irgendwo übers Ziel hinaus manchmal und die anderen, ähm, die wissen vielleicht gar nicht, dass dienen etwas ist, wozu wir auch berufen sind, wofür wir Gaben bekommen haben. Entweder sind sie, ähm, sehr verunsichert, ob sie überhaupt Gaben haben und ich meine, wir haben ja auch schon mal einen Podcast über Gaben gemacht, ja, ähm. Auch einer der Ersten, glaube ich. Ja, also, ja, ja, ist schon nicht lange her. Oder sie sagen vielleicht auch, oh, ich habe einfach keinen Bock oder sowas, ja, also, das gibt's auch, ne, die totale Lässigkeit und die totale, der totale Druck. Und da wollen wir eigentlich auch hoffen, beiden zu helfen. Geholfen haben. Ja, genau. Ja, also, egal, wo du dich einordnest, äh, auf dieser Skala, 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 heute läuft's durch den Worten, ähm, egal wo du dich einordnest, äh, zwischen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich bin und ich kriege gar keine Luft mehr voller Dienste, ähm, ja, hoffentlich ist einfach einiges dabei, aber ich glaube, es ist einfach sinnvoll, erstmal theologisch zu starten, ähm, was wir im Neuen Testament oder in der Bibel auch insgesamt zum Thema dienen finden. Ja, und mir fällt gerade ein, ähm, dienen, wir denken vielleicht immer daran, irgendwie für den anderen was zu machen oder so, aber im Wort Gottesdienst ist ja auch schon der Dienst drin. Da ist der Dienst drin, ja. Und, ähm, das machen uns vielleicht auch nicht klar, dass das eine Art des Dienens oder des Dienstes ist an Gott und vielleicht haben da manche auch ihre Anfragen, wie diene ich denn überhaupt Gott? Indem ich einfach hingehe, äh, mache ich das besser, indem ich vielleicht noch meine Bibel mitbringe oder besonders laut mitsinge, ähm, worum geht's eigentlich überhaupt, dass das, also quasi der Besuch einer Veranstaltung überhaupt zu einem Dienst wird? Ja, ja. Das glaube ich, also die Frage hätte ich sogar, ja. Okay. Ja, vielleicht, äh, gibt's eine Antwort drauf? Ich verspreche es nicht. Ähm, genau, aber eine Sache, als ich, äh, dieses Thema bekommen habe, da habe ich mich intensiv halt reingearbeitet. Ähm, wie, wie macht man das? Ähm, man geht erst mal, äh, auf bibleserver.de, äh, gibt das Wort dienen ein und sämtliche andere Bedeutungen. Also dienen, diente, dienst, äh, dienend, äh, also alle verschiedenen, äh, Variationen von dem Wort, ähm, und dann, ja, jetzt kriegt man sämtliche Bibelstellen angezeigt. Und, ähm, das ist so ein Tool, ja, ich hätte das auch mit Loggers, so einer typischen Bibelsoftware machen können, aber, ähm, wie ist für den Normalo zu teuer? Deswegen, genau, ihr könnt das auch machen, einfach mit im Bibleserver. Ähm, und dann hat man diese Riesenliste und ich bin jeden Vers einmal durchgegangen, hab geschaut, wie kann ich die sortieren, wie kann ich die kopieren? Bin dann ins Griechische rein und das ist natürlich ein Werkzeug, was ich besitze, ähm, und, und konnte halt hineinschauen, ähm, ja, welche Worte werden an welcher Stelle gebraucht? Und ich bin auf drei verschiedene Wortbedeutungen gekommen und die erste Wortbedeutung, ähm, hat auch was mit deinem Thema zu tun. Also, ähm, wenn man sich erst mal überlegt, was spielt alles bei dienen mit rein, ja, dann kommen vielleicht Worte wie unterstützen, äh, helfen, äh, auch die Herzenshaltung, also dienend ist ja auch, äh, Demut zum Beispiel, ähm, also man muss erst mal schauen, was ist so die Wortbedeutung und was ist die Wortbedeutung von den verschiedenen Wörtern, denn im Deutschen sind es überall dienen, aber im Griechischen hast du eine ganze Bandbreite von verschiedensten Wörtern. Kannst du diese drei nennen? Oder, also, nee. Nee, nee. Also, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt dem einen oder anderen das einmal bekannt vor oder so, ja. Genau. Äh, ich schätze mal, die erste Wortgruppe, die, äh, kommt den meisten vom Griechischen nicht bekannt vor, die anderen beiden, äh, mindestens eine sollte bekannt vorkommen. Ähm, die erste Wortgruppe, die meint wirklich so diesen gottesdienstlichen Gebrauch, also da gibt es, äh, Wörter, ich lese mal eins vor, es kommt sechsmal im Neuen Testament vor, Liturgia. Ah, das. Woran erinnert dich das? An Liturgie. Also da merkt man schon direkt, Liturgie vom Gottesdienst, also irgendwie Abläufe. Es gibt andere Wörter noch, Latroyo, Latreia, Hiratroyo. Genau. Die werden allesamt im Kontext von Gottesdienst, aber nicht, wie wir es vielleicht nur denken, also von wir gehen sonntags in den Gottesdienst, sondern im Sinne von Anbetung gebraucht. Also das ist so diese erste Wortgruppe in Bezug aufs Dienen. Da ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, soll ich erstmal alle vorstellen oder gehen wir hier schon mal ein paar Bibelfersen durch? Nee, du kannst ja mal kurz einmal die drei nennen, glaube ich, und dann gucken wir uns die Einzelnen an. Genau, also das ist eher so Thema Anbetung. Zweite Wortgruppe, das ist, ich bleibe mal hier in meinem Skript, dass ich die in der richtigen Reihenfolge habe, ist Duloyo, Dulos. Ah, das kenn ich. Vielleicht schon mal gehört. Der Diener zumindest, also wer die Missionscheffe kennt, das eine heißt Dulos und ein Dulos ist ein Sklaven, ein Diener. Genau, genau, hast du schon das richtig vorher gesagt. Also das ist vor allem, ja, kann man nicht anders sagen, Sklave, Sklave, Knecht. Oft in der Bibel, genau, lesen wir vom Knecht. Dort wird sehr wahrscheinlich Dulos stehen. Duloyo ist dann als Knecht dienen, Sklavendienst tun. Genau, also das ist schon eine sehr harte Bedeutung erstmal, die man da hat. Ja, Sklave, Herr. Genau, das ist die zweite Bedeutung. Die kommt ungefähr 150 Mal im Neuen Testament vor. Und die letzte Gruppe, da hoffe ich doch sehr, dass sie am bekanntesten ist vom Hören. Das ist die Wortgruppe Diakoneo. Das habe ich mir nämlich gedacht, ob das eins der drei ist, weil ich kenne das halt von der Diakonie, also quasi dem Dienst an anderen als Form der Gemeindearbeit. Genau, und da hast du halt auch die verschiedenen Wörter, wie das Verb Diakoneo oder Diakonier ist tatsächlich der Dienst oder der Diakonos, manche gemeint haben vielleicht den Diakon. Ja, der Leiter der Dienste oder so, ja. Genau, das kommt, ich überschlag es mal hier von den Zahlen, ein bisschen mehr als 100 Mal, 110 Mal oder so im Neuen Testament vor. Das finde ich ganz spannend. Also wir können das ja mal so machen, du hast es ausgearbeitet und ich versuche so ein bisschen zu gucken, dass wir den Faden behalten. Also wir haben, wir stellen fest, diese drei Bedeutungen und die letzten beiden waren ja sehr viel häufiger, dass sie vorkommen und sind wahrscheinlich auch die, die den meisten von uns, die irgendwie im Gemeinde- oder Kirchenkontext sind, bekannter. Ja, dieses Doulos und dann eben diese Diakonie. Aber gerade den ersten finde ich ganz spannend. Ja. Der ist vielleicht, wenn jetzt jemand von den Zuhörern, Zuschauern irgendwie vielleicht aus der Landeskirche kommt oder, ja, vielleicht aus der Ökumene. Ich dachte da auch so ein bisschen so ein bisschen an sowas Klösterliches. Ja, ich glaube, früher war das ja auch so, dass man gesagt hat, auch die Mönche oder so, die haben auch viel gearbeitet. Aber tatsächlich zu sagen, ich diene der Gemeinde, in dem ich herausgenommen bin, um die ganze Zeit meines Lebens irgendwie vor Gott zu stehen und zu beten oder so. Also dieser Dienst, der ist, glaube ich, uns im Alltag heute gerade so im 21. Jahrhundert eher unbekannt. Sollen wir damit mal starten, den ein bisschen zu beleuchten, wie das ein Dienst sein kann, dieses Liturgia. Ja, also wie ich schon sagte, es hat, also vielleicht stellt man sich weniger an einen, wie sagt man, ich will gerade Priester sagen, Hauptamtlichen oder irgendwie, nee. Hauptamtlichen vor, sondern genau, einfach wirklich so, das Bild, was man braucht, ist der Tempel in Jerusalem. Ah ja. Dort geht man hin, um zu opfern, zur Zeit von Jesus, um anzubeten, Gebete zu sprechen und all dieser Tempelritus und was damit zusammenhängt, also das ist das, was so hinter dieser Wortgruppe steht. Also da gibt es den Priester, der dient. Genau. Und im Neuen Testament einfach mal ein paar Beispiel-Ferse zu nehmen, wo uns das plötzlich bekannt vorkommt, dass zum Beispiel Jesus wird von Satan versucht und er sagt, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Also ihm allein dienen. Und da merkt man schon, anbeten und dienen parallel gesetzt. Oder jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, da geht es um Jesus im Hebräerbrief, er ist Mittler eines besseren Bundes geworden, da geht es darum, dass er dann der Mittler eben ist, also als hoher Priester auch einen Dienst, den Jesus ausübt, auch als Bild dahinter eben dieser Tempel. Könnte man fast sagen, das moderne Wort davon ist vielleicht fast Worship, oder? Ja. Gut, Worship, ja, in der ursprünglichen Bedeutung, genau. Vielleicht nicht im Sinne von singen, sondern Worship ist ja noch viel mehr im Englischen diese Bedeutung von Ehrfurcht drin. Aber, naja, also hier würde ich auf jeden Fall, also das ist eine Aspekt Bedeutung. Ein Aspekt, okay, ja. Aber ich stelle mir vielleicht Jesus weniger vor, wie er singt und anbetet, sondern eher wie er als Priester einsteht und opfert. Und ein Vers, den ich enorm spannend fand, der steht in Apostelgeschichte 7, Vers 7, und da heißt es, Und die Nation, der sie, die Israeliten, dienen werden, werde ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort dienen. Und das sind zwei verschiedene Worte von dienen, die gebraucht werden in Apostelgeschichte 7, Vers 7. Also im Deutschen beides dienen, aber im Griechischen die Nation, der sie dienen werden, das Duloyo, also als Sklaven dienen werden, die werde ich richten. Also da geht es darum, wenn ich mich richtig erinnere, im Kontext die Juden, die ins Exil geführt wurden, und sie mussten dann dieser Nation dienen als Sklaven, sie wurden ersklavt, und Gott sagt, die werde ich richten. Und danach, oder nee, es dürfte Ägypten sein, glaube ich, der Kontext. Und danach werden sie ausziehen und mir an diesem Ort Latroyo als Gottesdienst dienen. Genau. Ja, genau, das ist diese Verteidigungsrede von Stephanus. Ich muss das auch mal eben aufschlagen, was so der Kontext ist, ja. Und, okay, also da geht es darum, dass die Juden als Volk Israel eine besondere Rolle hatte, in dem sie tatsächlich Gott so diente, dass sie das Haus ihm gebaut haben, was so in ihrer Mitte war, ja. Zuerst die Stiftshütte und dann später der Tempel. Und sie haben einen besonderen Dienst auch dort durch die Anbetung, durch das Opfern im Prinzip an Gott getan. Genau, ja, richtig. Also da merkt man halt, Dienen hat immer was mit Anbetung zu tun. Also das ist eine Aspektbedeutung, die man einfach nicht, ja, also letztendlich, wem du dienst, dem betest du an. Und die Frage ist halt, wem dienst du? Ganz deutlich wird das die Aspektbedeutung, aber die, ja, also du musst einfach schauen, was ist so diese Bandbreite? Ich will auf den einfachen Hörer sagen, letztendlich, wenn man das Wort dienen liest, im Neuen Testament, dann soll man einfach wissen, diese Bandbreite gibt es. Und der Kontext, der wird es schon am meisten erklären. Du musst jetzt nicht genau wissen, ah, an der Stelle wird dieses Wort gebraucht, und an der Stelle... Genau, okay. Nee, aber es hilft mir natürlich, wenn ich mir überlege, wie diene ich auch Gott, dann hilft es mir zu sagen, ich muss nicht unbedingt, ja, irgendwie ein Priester oder Pastor sein, oder irgendwie in einem Amt, sage ich mal, dienen, sondern das, was Gott schon versteht als Dienen, ist tatsächlich das Anbeten. Genau. Also mein Gebet ist eine Art Dienst für ihn, der ihm auch, ja, gefällt, oder? Genau, also vielleicht im Sinne von, mein ganzes Leben steht in seinem Dienst, also, und das nicht halt eben als Hauptamtlicher, sondern als der normale Christ. Ich diene Gott, das heißt, mein ganzes Leben ist so ausgerichtet, dass ich, ja, ihm diene. Also man kann das ja, wie sollen wir das umschreiben? Also indem ich mein Leben auf ihn ausrichte, indem er meine höchste Priorität ist, So diene ich Gott. Also ein altes Wort wäre dafür weinen wahrscheinlich, ne? Also indem ich mein Leben Ah, weinen. Weinen, ich dir weihe. Der Wein. Nein, nein, nicht der Wein. Weiche mit H. Ja. Also ich, oder ich widme, also ich weihe dir quasi mein Leben. Ja, genau. Und man, man muss das, glaube ich, lösen davon, dass man immer gleich denkt, dieses Dulos dienen, also ich tue was, weil, also ein Dulos ist irgendwie ein Sklave oder ein Knecht, der arbeitet zwölf Stunden am Tag irgendwo im Haushalt, im Acker oder so. Ja, ja. Aber dieses Dienen ist tatsächlich etwas, das sind Leute, die einfach vor Gott gekommen sind, um ihn anzubeten und ihm zu lobpreisen. Genau, ja. Ist auch wahrscheinlich, die Engel dienen ihm ja auch so. Im Himmel. Denke ich, ja. Singen die die ganze Zeit heilig, heilig, heilig und stehen vor ihm. Das ist ja auch ein Gottesdienst in dem Sinne. Ja, genau. Denke ich absolut so. Ja. Genau. Und das ist halt so die erste Aspektbedeutung, also in Bezug aufs Dienen, die Anbetung. Die zweite Dulos, können wir uns ja auch mal ansehen, da finde ich, ist einer dieser ganz großen Schlüsselverse, Matthäus, Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Mammon ist der Götze des Geldes. Geld, ja. Und niemand kann zwei Herren dienen. Also du, hier wird dieses Wort Dulos gebraucht, also als Sklave. Und du kannst nur einen Herrn, die haben, und nicht zwei Herren. Ja. Sondern du bist immer nur der Knecht von einem Herrn. Und was ich so stark finde an diesem Vers ist, ja, dass es auch einfach so viel aufzeigt, weil es plötzlich auch um Gefühle geht. Mhm. Hassen und lieben. Also diese Gefühle haben auch was mit Dienen zu tun, durch meinem Herrn diene. Ja, entweder werde ich den einen hassen oder den anderen lieben, den einen anhängen oder den anderen verachten. Und es geht nicht beides, sondern genau, ich habe einen Herrn und nicht zwei gleichzeitig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Widerspruch, weil dieses Dienen und Sklave, wenn wir das jetzt so historisch sehen, dann erscheint bei uns, glaube ich, eher das Bild, dass man den quasi hasst, weil der mich versklavt. Genau. Weißt du? Und die Bibel geht ja eigentlich von was anderem aus. Ich habe das auch mal gehört von einem Prediger, was das Besondere war, eben wenn du dieser Bondservant, also dieser freie Sklave in dem Sinne bist, das war von Gott ja so vorgesehen gewesen bei den Israeliten, dass wenn sich einer aus dem eigenen Volk quasi versklavt hat, weil er weite war, dann musstest du als israelitischer Herr den aber nach sieben Jahren freigeben. Also du musstest ihm sogar noch so einen gewissen Grundbesitz mitgeben. Am besten noch vielleicht ein Schaf und eine Ziege oder genug, um weiterzureisen oder so. Du musstest ihn freigeben. Der musste nicht freigekauft werden, der war dann frei. Und wenn dann dieser Sklave sagt, nee, aber mein Herr ist eigentlich gut zu mir, der ist fair, ich weiß, ich habe hier mein geregeltes Auskommen, ich habe hier vielleicht in dieser Zeit eine Frau gefunden, ich habe hier eine Familie gegründet, ich will freiwillig hierbleiben bei meinem Herrn, weil der gut ist, der beschützt mich auch. Dann war ja dieses Ritual, dass der quasi wie so ein Ohrloch gekriegt hat, mit so einem Friem durch das Ohr und dann war das so ein freier Sklave quasi, der freiwillig bei dem Herrn geblieben ist, weil er ihn so lieb gehabt hat. Und das ist eigentlich dieses Bild von diesem freiwilligen Sklaven, der seinen Herrn so liebt, dass er gesagt hat, ich bleibe freiwillig bei dir, weil du bist gut zu mir. Genau. Also man darf bei Sklaven nicht direkt an diese schlechteste mögliche Bedeutung denken, gerade auch in der Antike. Also vielmehr muss man vielleicht so im Sinne von Arbeitgeber, Arbeitnehmer denken. Der Herr, der Arbeitgeber, der Sklave, der Arbeitnehmer. Im besten Falle war das nämlich so, dass es so eine Vertrauensbeziehung gab und nicht eine komplette Ausnutzung. Ja, der Knecht, der hat ja auch davon gelebt. Der wurde davon ernährt, von seinem Herrn. Die haben auch sogar Geld bekommen, womit sie sich dann selbst irgendwann auch freikaufen konnten. Also es ist wirklich so ein Dienstverhältnis und gleichzeitig aber auch eine Sicherheit. Also auch dieser Aspekt, den darf man nicht vergessen. Also als Sklave hattest du auch die Sicherheit, nicht auf der Straße zu leben, sondern der Herr, der kümmert sich um dich. Aber die Frage war natürlich, hast du einen guten Herrn oder einen schlechten Herrn? Und im schlechtesten Falle hattest du in der Antike natürlich auch Leute, die es vollkommen ausgenutzt haben. Aber ich fand richtig, richtig gut, was ich in meiner Recherche gelesen habe. Nämlich die Bedeutung, dass dieses Wort, du laust, Abstand und Abhängigkeit bedeutet. Also Abstand, da ist der Herr, da bin ich. Also es gibt schon Hierarchie, Abstand. So ist auch mit uns und Gott. Also Gott ist hier oben und wir sind da unten und nicht auf einer Augenhöhe. Gleichzeitig aber auch Abhängigkeit im Positiven. Also ich bin abhängig von ihm. Er sorgt für mich und ja, dass dieses Wort einfach das widerspiegelt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, da so ein anderes Bild zu kriegen. Denn in der Bibel haben wir auch andere Beispiele für Leute, die viel schlechter dran waren. Zum Beispiel diese Tagelöhner. Wir haben ja das Gleichnis mit dem Weingarten und die Leute stehen da, hoffen, dass sie morgens um neun abgeholt werden zur Arbeit und dann finden sie nichts und manche hier stehen noch um zwölf da und manche sogar noch am Nachmittag und die wissen nicht, was sie abends nach Hause bringen an Essen und der Doulos hat halt die Sicherheit. Der weiß, der hat sein Haus, der wohnt auf dem Gelände oder im Haus des Herrn, der hat sein festes Einkommen und der bleibt da auch. Das ist was ganz anderes und wir ja, leben halt natürlich in einer Welt, wo es ja keine Sklaven mehr geben darf offiziell, auch wenn das natürlich ein modernes Problem ist, da ist es immer was ganz Schlimmes, aber es ist gut, dass man so dieses Bild im Hinterkopf hat. Es ist wirklich so. Also es ist gut, dass man das Bild, dass du es gesagt hast, das ist eher fast wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Genau, zu der Zeit von Jesus. Genau. Wir wollen Sklaverei nicht von heute minder reden. Ganz genau. Also wenn du es auf heute übertragen willst, müsstest du tatsächlich sagen, boah, ich habe einen guten Chef, ich habe eine gute Arbeit, mir gefällt es da, da habe ich Freunde. Natürlich bin ich nicht der Chef, aber ich habe so einen guten Platz, da fühle ich mich wohl und da diene ich jeden Tag gerne. Das ist eigentlich das Bild. Genau, richtig. Und das muss man halt eben im Hinterkopf halten. Und jetzt kommt gerade bei diesem Wort auch tatsächlich das Evangelium selbst so wunderschön zum Vorschein. Denn, wenn wir dran denken, die Sprache, also gerade auch in Römer 6, vielleicht können wir da auch mal gerade reingehen. Also in Römer 6, da geht es um die Sünde, die herrscht. Und wir hatten einen Herrn. Also bevor wir Gott hatten, waren wir nicht herrenlos, sondern wir waren Sklaven von einem gewissen Herrn. Und dieser Herr, können wir jetzt sagen, Satan, oder hier in Römer 6, namentlich die Sünde, dort wird gesagt in, also diese Sprache von Herrschen und auch Dienen kommt gleich ab Vers 12, 6 Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also hier merken wir so, diese Sprache ist erstmal viel von Herrschen und das Wort Dienen wird tatsächlich in Vers 6 verwendet. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und man könnte sagen, in diesem Abhängigkeitsverhältnis nicht mehr dienen müssen, denn die Wahl hatte man eben schon nicht. Also das ist natürlich dann, da können wir das vielleicht nicht auf das Bild Arbeitgeber, Arbeitnehmer eins zu eins übertragen. Gerade wegen diesem Abhängigkeitsverhältnis konntest du nicht einfach sagen, ich mach's nicht. Klar konntest du's machen, du konntest weglaufen, aber dann warst du halt auf der Straße und so. Musst halt schauen, wie du rauskommst. Aber wir mussten der Sünde dienen und die Sünde hat über uns geherrscht und die war ein schlechter Herr, der hat uns zugrunde gerichtet, die hat uns kaputt gemacht und das ist letztendlich so diese Sprache, als ein Mensch, der nicht von Gott errettet ist, der muss der Sünde dienen. Wir dienen oft als Christen auch der Sünde, wir geben unsere Leiber als Werkzeuge hin, wie es hier steht, aber wir haben die Freiheit, wir müssen das nicht mehr tun. Bei der Sünde kann ich mir das nämlich sehr gut vorstellen, dieses Bild versklavt zu sein davon. Ja, genau. Soll ich noch, also ich finde hier die Verse, die direkt danach 16 bis 18, die sind auch sehr praktisch. Da schreibt Paulus, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen, oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünde gehorcht jetzt von Herzende Leere, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Von der Sünde befreit seid ihr nun in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Also das finde ich auch ganz cool, diese Leibeigenschaft in dem Sinne, gibt es jetzt nicht mehr. Und hier spricht Paulus so davon, dass wir quasi in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt sind. Das ist ja eigentlich was richtig Gutes, wo ich auch glaube, dass die heutige Generation total für brennt. Also ich glaube, dass die heutige Generation viel stärker auch wieder ein Gespür dafür hat, dass Gerechtigkeit herrschen soll in der ganzen Welt und dass sie sich dafür auch sehr gerne einsetzt. Und das kommt eigentlich dem entgegen, was hier Paulus auch schreibt. Das ist tatsächlich, also Gott zu dienen bedeutet, du bist berufen in den Dienst für die Gerechtigkeit. Ja. Gerechtigkeit, glaube ich, wird bei unserer Generation manchmal ein bisschen auch, aber nur in sozialer Gerechtigkeit gedeutet. Die biblische Bandbreite ist natürlich noch breiter und es geht um Sünde und Schuld. Ja. Aber genau, auch das ist nicht, also absolut lobenswert, gegen Sklaverei zum Beispiel einzustehen. Also ich denke halt nur, das ist halt auch für uns ein Anknüpfungspunkt in der Sprache, mit einer Generation, die eigentlich von Gott nichts wissen will, aber sich unheimlich engagiert beim Thema Gerechtigkeit. Ja. Zwischen Nord und Süd und zwischen den verschiedenen, also wirtschaftlichen Zusammenhängen und so und Klimagerechtigkeit und so weiter, ja. Aber die Bibel spricht ja davon, quasi der Gerechtigkeit zu dienen und ich glaube, viele Leute assoziieren einfach Gott nicht mehr mit dem Thema Gerechtigkeit. Ja. Und wenn sie tatsächlich verstehen, wie gerecht Gott ist, muss man sagen, es ist eigentlich was Gutes, Gott zu dienen und Gott zu kennen, weil wir dienen damit letztlich der Gerechtigkeit. Ja, voll. Ja. Vielleicht an der Stelle nochmal kurz die Klammer hierzu, aber nochmal zum Evangelium. Weil, genau, nochmal dieses Bild, das ist mir einfach so wichtig beim Thema Doulos, Knecht. Wir waren Diener der Sünde, wir mussten der Sünde gehorchen, wir hatten nicht die Freiheit und jetzt sind wir aber Gott dienstbar geworden. Ja, das ist so die Sprache aus Römer 6. Nehmen wir dieses Bild, ja. Ein Sklave, der von seinem Herrn die ganze Zeit geschlagen und misshandelt wird und zugrunde gerichtet wird und kaputt wird. Vielleicht ist der eine oder andere Sklave schon gestorben, ja, in den Tod gegangen und dann kommt ein guter Herr vorbei und sieht diesen Sklaven, wie er zu Tode geprügelt wird und zugrunde gerichtet wird und er sagt, er hat Mitleid mit dem und sagt, den will ich unter meine Herrschaft stellen und er geht hin und bezahlt den Sklavenhalter ein Lösegeld und kauft diesen Sklaven frei, damit es dem Sklaven wieder gut geht und das hätte der Herr nicht machen müssen und er hat das auf sich genommen, er hat dieses Geld bezahlt und er stellt den Sklaven unter seine Herrschaft, wo er wieder aufblüht, wo er sich erholt und das ist so eben dieses Bild von einem guten Herrn, den wir haben, dem wir dienen, der uns freigekauft hat von der Sünde mit seinem eigenen Blut und der uns in seinen Dienst gestellt hat. Ja, kommt auch bei Hosea noch mal drin vor, da kauft er ja auch noch mal wieder seine Frau noch mal wieder frei, ja, aber okay, sollen wir noch versuchen, einfach noch mal den dritten Dienstaspekt vorzustellen, ja, vielleicht einfach noch in dieser Folge, dass wir das dann auch rund haben, also was kannst du noch zum Thema Diakonie oder diakonisches Dienen, also diese Bedeutung beim Thema Dienen uns noch vorstellen? Ja, genau. Diakoneo ist ganz oft im Kontext von einander, also da finden wir ganz oft das Wort Diakoneo. Vielleicht könnte man auch sagen, ich will das jetzt nicht ja, einfach nur absolut stellen, aber vielleicht, also es betont auf jeden Fall den Dienst am Menschen. Also dort, wenn es um die Gaben geht in der Gemeinde, sich einzusetzen, einander zu dienen, einander aufzubauen, dort haben wir überall Diener. Im Neuen Testament habe ich jetzt hier einfach mal ein paar Stellen, die Engel dienten Jesus in der Wüste, also sie. Essen und Trinken versorgt. Genau, richtig. Genau, Jesus sagt, das auch, ja, da komme ich gleich hin, 1. Petrus 4, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient Diakoneo, also wir sollen mit der Gnadengabe einander dienen. Jesus sagt aber von sich, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern umzudienen, Diakoneo, Diakoneo, also um sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Also da haben wir auch diese Sprache von Lösegeld wieder, ja, aus der Sklavensprache, wo das eben auch herkommt. Und genau, nicht um bedient zu werden. Also Jesus selbst, klar, wir dienen ihm, die Jünger dienen ihm, wir haben auch in der Bibel, die Frauen mit ihrem Habe und die im Nachfolgen dienen ihm, aber Jesus ist eben nicht gekommen, damit wir jetzt, also beim ersten Mal, als er auf der Erde war, damit wir ihm dienen, sondern er hat erstmal uns gedient. Und das ist dieses Bild von Diakoneo auch, wir dienen, weil Jesus dient. Er ist eben ein Herr, der sich nicht zu schade ist, uns zu dienen und uns dadurch ein Vorbild zu sein, dass wir mit derselben Herzenshaltung dienen. genannt. Also bildet auch diese Fußfaschung da vom letzten Abendmahl, Absolut. Also damit wir auch so einander tun, dass wir uns gegenseitig so dienen quasi. Genau, richtig. Und dieses Bild ist einfach sehr, sehr schön, ja? Also wir dienen, weil Jesus dient und nicht, weil, also, ja, diese Aspektbedeutung dürfen wir einfach nicht aus der Hand lassen beim Thema dienen, weil wir eben oft denken so, ah ja, mein Herr und ich muss das machen. Diese Aspektbedeutung gibt das auch, aber es gibt auch diese Aspektbedeutung einfach, ey, ich diene, weil Jesus mir gedient hat und aus Freude einander, mit einer Gabe, ich bin in einen Dienst hineingestellt. Genau, das finde ich nicht sehr, sehr schön. Also ich finde auch, das macht tatsächlich ja auch Freude, so zu dienen, Leuten was Gutes zu tun. Ja, nicht immer hat man vielleicht die Garantie, dass die das dann auch würdigen, aber darum geht es ja gar nicht. Du machst das ja einfach auch als Liebe für Jesus. Ich habe einen guten Vers auch noch in Jakobus 1, Vers 27, da heißt es, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Waisen und Witwen in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben der Welt. Also vielleicht den ersten Satz wichtiger. Ein Dienst, der Gott einfach gefällt, ist, wenn du Waisen und Witwen hilfst. Vielleicht gibt es nicht so viele Waisen und Witwen in deiner Gemeinde, aber es kann ja auch einfach sein, Kindern zum Beispiel, ja, in der Kinderstunde, im Kindergottesdienst. Also, wenn du dich dort engagierst, du dienst ihnen ja. Oder wenn du ältere Leute besuchst oder dich da engagierst, ja, du dienst ihnen. Und das ist eigentlich was, das gibt dir ganz viel selbst auch zurück, weil du merkst, es macht Freude, ist nicht immer einfach, manchmal hat man auch viel Spaß dabei, aber das ist tatsächlich was, wo die Bibel sagt, das ist ein Dienst, der Gott gefällt. Also diene denen, die vielleicht Hilfe brauchen, die eher so am unteren Ende der Ernährungskette sind oder die selbst nicht viel haben, die auch Hilfe brauchen, diene ihnen, das gefällt Gott. Ja, absolut. Warum gefällt es Gott? Weil es sein eigenstes Wesen ist, auch zu dienen, sich hinzugeben und das als die hohe Majestät, ja, der herabkommt und dient. Wir lieben Geschichten, ja, wo, es gibt ja Sendungen, wo sich Chefs irgendwie als Angestellte ausgeben oder irgendein hohes Tier, ja, nur demütig, also irgendwie sich klein macht und nicht groß macht und Gott ist einfach so, ja, dass er gekommen ist auf diese Welt und wir deswegen auch dienen. Und das, was ich mit am schönsten fand, einfach ein Vers, der mich aufs Neue wieder berührt hat in der Vorbereitung, vielleicht können wir damit auch gleich diese Folge abschließen, die ja wie so eine, ja, kleine Theologie des Dienens gerade erst mal war. Jesus hat uns gedient, aber Jesus dient uns auch immer noch. Er dient uns, wie wir im Hebräerbrief lesen, als Priester. Aber ich möchte einfach diesen Vers aus Lukas 12, Vers 37 vorlesen. Glückselig sind jene Knechte, Sklaven, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. da geht es darum, dass wir wachsam sein sollen, wenn der Herr wiederkommt. Und wenn wir wachsam sind, wenn wir uns einsetzen für sein Reich, seine Talente, die er uns anvertraut, nicht vergeuden und er wird uns wachend wiederfinden, sogar dann kommt er, wird sich eine Schürze umbinden und wird uns bedienen. Krass, kann man sich das vorstellen, ja. Als ich den Vers mal gelesen habe, da kam mir die Tränen, weil ich mir dachte, Herr, du hast so viel für mich getan, du hast all dein Leben für mich hingegeben und du tust auch jetzt immer noch so viel und sogar dann in Zukunft. Willst du mich weiterhin, willst du mir weiterhin dienen? Dann fühlt man sich schon fast wie Petrus, der sagt, nein, das will ich gar nicht. Auf mir die Füße zu waschen, das will ich nicht, aber ja, das ist Jesus. Ja, krass. Ja, okay, dann hoffe ich, dass euch das als Zuhörerinnen und Zuschauern gefallen hat, einfach mal so eine Einführung bekommen zu haben. Mir hat das voll viel gebracht, einfach mal von dir zu hören, welche Aspekte von Dienst gibt es, weil man im Deutschen einfach nur dieses eine Wort hat. Ja, und vielleicht können wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was kann das für mich praktisch bedeuten, wenn es darum geht, den, ja, den richtigen Punkt für mich zu finden, wo ich tatsächlich dienen und helfen kann, in meinem Leben, in meiner Gemeinde, mit meinen Gaben, dass wir es da noch ein bisschen praktisch machen. Absolut. Okay. Okay.